Wunderschönen guten Morgen! Dienstagmorgen, der 2. Mai. Mein Schlüssel hier. Hatte Fatty wieder mal vergessen. Ich sattel erst mal um heute, morgen, fahr dann runter nach Rockenhausen auf den RZ-Platz und lad unseren Klemann-Brecher. Der ist Rockenhausen fertig, den bringe ich rüber nach Sembach, dann auf unseren Lagerplatz. Danach habe ich noch gar keinen Plan, was es gibt. Ich vermute, Otterbach, der Aldi ist ein Bagger fertig, den ich holen kann. Vermute ich mal, weil das war bis letztes Wochenende, war das quasi Termin. Ich vermute, dass ich da hinfahre und dann dann in den RZ-Platz. Einer von den 938 hole. Erfahren wir später. Jetzt hole ich erstmal Brecher nach Hause. Ich bin hier gerade vor Imsweiler an der Tunnelbaustelle. Wir hatten hier bei uns angefragt wegen dem Tunnelbagger. Ich weiß es gar nicht, in 950 oder in 960. Das soll von hier nach Landstuhl und im Anschluss von Landstuhl nach Münberg runter. Münberg oder Stuttgart. Auf jeden Fall hatten die bei uns gefragt. Aber ich glaube, der ist schon gefahren. Was machst du? Stehst der? Ich glaube, der ist schon gefahren. Mindestens habe ich jetzt seit 2 oder 3 Wochen nichts mehr gehört davon. Also gehe ich mal davon aus, dass der schon im Landstuhl steht bei der Liebherr. Jeb. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich dachte, es sieht hier oben besser aus. Aber es ist leider nicht egal, wo ich hinfahre. Da muss ich jetzt erstmal eine Runde, äh, ja genau, eine Stufe ausziehen. Aber der Brille ist noch keine zusammengebaut. Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt ist da auch noch Cap, bei uns heißt Cap, Rummel, Jahrmarkt. Keine Ahnung. Tor scheint offen zu sein. Tor ist offen, definitiv ausnahmsweise mal gut. Tor ist offen. 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 Ich habe jedes Mal die Hoffnung, dass ich vor der Baustelleneinfahrt links in der Straße stehen bleiben könnte und könnte den Radlader draußen laden. So, ich muss wieder eine Stufe ausziehen. Wenn ich es heute Morgen gewusst hätte, hätte ich es gar nicht erst zusammengeschoben. Aber solange es nicht mehr ist. So, fahre ich hier durch. Dann fahre ich auch rum. Ausziehen werde ich hier, wo noch das Stück Asphalt ist. Da staubt alles, ne? Dann fahre ich hier. 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 Vielen Dank. Hier drinnen in der Baustelle hat sich immer noch nichts, aber wirklich gar nichts getan. Absolut nichts hat sich hier drinnen getan. Soll es sich hier drinnen zu sehen, ist es so schön, dass ich hier drinnen kann. Ja, 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 ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 So, jetzt sind es noch 700 Meter, laut Navi müsste ich jetzt hier die erste rechts, dass ich hier hinten an diese Kirche komme. Aber wie gesagt, ich bleibe vorne auf der Hauptstraße stehen. Genau da, weil dass ich mich jetzt hier durchquelle wegen dem Radladersche, nein. Ich bleibe hier stehen. Und scheinbar kann man auch von hier vorne reiten, genau. So, ich habe hier. Ja, jetzt fahre ich irgendwo hin, wo, weiß ich noch nicht genau, wo, auf jeden Fall soll ich eine Walze laden. Jetzt fahre ich entweder nach Wiesbaden, nach Sembach. Da kriege ich jetzt gleich noch gesagt, auf jeden Fall eine Walze und die muss rüber nach Lambertheim. So viel weiß ich schon mal, mir folgt. Natürlich wieder versaubeutelt, um die Kamera zu starten. Jetzt hier eben oben über den Rhein, hier diese Richtung darf ich ja, zurück die Richtung darf ich nur leer fahren. Und ja, jetzt sind ein paar schöne Boots hier gefahren, da unten. Ach, ist wieder romantisch geworden. Aber hier der Opperromantiker hat es wieder, hat es wieder versaubeutelt. Alles gut. Ich bin hier gerade in Rosengarten. Ich bin jetzt hier rechts ab und dann bin ich auch schon ziemlich zeitnah da an meiner Baustelle. So, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich da rumkomme. Der Kotelle stand früher nicht da, ich bin mir relativ sicher. Ich könnte das Dixi noch so bescheiden, ja, wo alles könnte, das reicht. Alles reicht. Dann durchlaufen. Ich setze bestimmt gleich hoch, Freunde. Ja. Soweit. Ich habe gerade aufgesetzt, hoffentlich ist noch alles dran. Hoffentlich ist noch alles dran. Wir haben gleich wieder Pause gemacht. Ob weiß ich, wer gehoogt hat. Ob weiß ich, wer gehoogt hat. Hier kann ich später drehen. Das geht auf jeden Fall. Gehen wir abhängen. So, ein Viertel nach eins. Ich habe leer. Gucken, also ich habe wirklich aufgesetzt vorne, aber es hat nur quasi so ein bisschen drüber gestreift halt. Ich glaube, ob ich hier gedreht kriege, aber normal schon. Jetzt vermutlich fahre ich hoch nach Wiesbaden nach Mainz-Kastell und holt dort eine Walze. Ach, da hinten steht sogar ein Bagger. Und holt dort eine Walze. Ach, Walze. Dumm schwitze. Eine Planierraupe, so. Wahrscheinlich kommt er auch hierher. Dass ich das richtig verstanden habe. Mal gucken, dass ich jetzt den Hubel da vorne ein bisschen anders anfahre. Anfahre. Ja, komm. Aber ich bleibe jetzt erst noch mal kurz stehen und warte, dass ich angerufen werde. Oh, 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 oh. Weiß spiele ich aber. Weiß spiele ich aber Planierraupe. Eben spiele ich aber Planierraupe hier. Man wird nicht hoch genug gehoben. Man mag so hoch filmen, oder? Ja, ich muss jetzt eh wieder sauber machen. Ich muss jetzt eh wieder sauber machen. Also, wie gesagt, fahre ich jetzt in meinen Arbusbaden. Jetzt ist Spruch reif. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.